in dem heutigen video möchte ich euch einen trick zeigen wie ihr den sturmrufer immer wieder und sogar mehrmals in einer runde instant töten könnt ihr braucht hierfür nur einen wagen und etwas geduld da ihr das richtige timing finden müsst so dass es öfters hintereinander klappt denn ihr müsst jetzt in den sturm fahren so dass er auf euch aggressiv wird also dass ihr euch beachtet aber trotzdem dürfte nicht zu nah an ihm sein weil er sonst nicht aus dem sturm kommt denn wir müssen den also auf uns aufmerksam machen und ganz schnell geradeaus weiterfahren und wenn ihr aus dem sturm raus seid fahrt noch ein stück weiter so dass ihr bisschen abstand zum sturm habt und wenn ihr das dann richtig gemacht habt dann folgt er euch der sturm rufer kann außerhalb des sturms nur eine bestimmte zeit überleben und wenn er zu weit vom sturm weg ist dann schafft das nicht rechtzeitig zurück und er stirbt und gleichzeitig sport ein neuer sturm rufer im sturm und ihr könnt das ganze wiederholen das schwerste an diesem glitch ist natürlich den perfekten abstand zu finden so dass das sturm rufe euch beachtet und noch genügend distanz habt und ihr genügend zeit habt aus dem sturm rauszufahren und weit weg zu fahren damit ihr euch auch folgt es kann auch sein dass ihr euch nicht folgt oder nur bis zum sturm folgt dann wart ihr einfach viel zu neu an ihm dran und das ist halt das schwierige das perfekte timing hier zu finden wie weit man in sich ihm nähern kann so dass er aggressiv auf euch wird aber ihr trotzdem nicht zu nah dran seid und rechtzeitig raus können ihr könnt auch geld farmen denn jedes mal wenn der sturm rufer stirbt droppt euch einen goldenen schädel und den könnt ihr im shop für 5000 punkte verkaufen und außerdem droppt auch manchmal so waffenkoffer also wunderwaffenkoffer die könnt ihr auch farmen zum beispiel wenn jetzt neuen grabstein anlegen wollt oder so und wenn ihr das perfekte timing gefunden habt um diesen sturm rufer zu triggern dann könnt ihr die rein theoretisch von anfang bis zum ende der runde durchgehend den sturm rufer töten ohne einen einzigen schuss abzufeuern das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und einen kommentar und falls noch kein abo auf meinen kanal hast kannst du das jetzt an dieser stelle ändern um nichts mehr zu verpassen und immer auf den aktuellsten stand zu bleiben danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao